Willkommen zu einem neuen Bavmo Video. Schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Sagt mal, habt ihr euch auch die Frage gestellt, was mit der 1er Reihe eigentlich passiert ist? Wir auch. Deswegen haben wir uns die Geschichte der 1er Reihe noch einmal angesehen und die einschneidenden Veränderungen für euch zusammengefasst. Was dabei herausgekommen ist, ist ein Zeugnis von stetiger Veränderung. Doch genug geredet, fangen wir endlich an. Also Freunde, let's go! Die Kompaktklasse von BMW ist mittlerweile in der fünften Modellgeneration angekommen. Doch der Grundstein für die 1er Reihe wurde schon in den 90ern gelegt. 1994 brachte BMW als Antwort auf den damaligen Hatchback-Trend den BMW E36 Kompakt auf den Markt. Ein Fahrzeug, das wegen seinem Stummelheck und seinen vielen E30 Komponenten nicht so richtig von der BMW-Enthusiastenszene angenommen wurde. Bis heute ist der E36 Kompakt ein Fahrzeug, das das traditionelle BMW-Lager spaltet. Nichtsdestotrotz war der erste Kompakt mit den Jahren aber ein voller Erfolg. Denn er belegte neben dem Coupé und der Limousine den dritten Platz bei den Absatzzahlen. Er wurde nämlich knapp 400.000 Mal verkauft. Damit war der Kompakt ein voller Erfolg und auch der Plan vom BMW, eine neue Zielgruppe zu erschließen, ging voll und ganz auf. Mit dem wieder eingeführten Kürzel TI, was für Turismo Internationale, also für ein besonders sportliches Modell steht, bekam der E36 Kompakt auch noch ein Alleinstellungsmerkmal, welches mit der Zeit auch das Interesse von traditionellen BMW-Fahrern auf sich ziehen konnte. Im Jahre 1997, als der Kompakt als 323 TI mit dem 2,5 Meter Reihen-Sechszylinder-Triebwerk angeboten wurde, war klar, dass BMW Interesse hatte, auch im Hot-Edge-Segment mitzuspielen. BMW hat den E36 Kompakt sogar als M3 konzipiert, der es aber leider nicht auf dem Markt geschafft hat. Übrigens, wer mehr über die Geschichte des E36 Kompakts und vor allem des M3 Kompakts erfahren will, kann nach diesem Video auf das I oben rechts in der Infokarte klicken. Dort haben wir das Video für euch verlinkt. Es lohnt sich. Besonderheiten des E36 Kompakt zusammengefasst. Erstes Kompaktfahrzeug vom BMW Erstes Fahrzeug, das das TI-Kürzel nach Jahren wieder eingeführt hat Erstes Fahrzeug mit einem Reihen-Sechszylinder-Sauger in der Kompaktklasse Erstes Kompaktfahrzeug vom BMW, das als Erdgas-Variante als 316G angeboten wurde. 2001, also vier Jahre später, war es an der Zeit für einen Nachfolger und so kam BMW abermals mit einer Kompakt-Variante der damals aktuellen E46-Reihe an den Start. Leider hatte sich BMW beim Design des E46 Kompakts etwas zu sehr aus dem Fenster gelehnt, denn die Designsprache des Kompakts kam noch schlechter an als bei seinem Vorgänger. Geschuldet war dies den Standalone-Doppelscheinwerfern und den Lexus-Style-Rückleuchten, die aussahen, als ob BMW sie von einem eBay-Tuning-Shop bezogen hätte. Die Ambitionen von BMW mit dem E46 Kompakt waren im Grunde eigentlich sehr gute. Ein modernes, komplett eigenständiges Design, keine Kompromisse in Sachen Ausstattung im Interieur wie beim Vorgänger und auch die neu entwickelten Vierzylinder-16-Ventilermotoren sollten den E46 Kompakt zu einem effizienten, luxuriösen und sportlichen Fahrzeug machen. Dies wäre BMW auch eigentlich gelungen, wenn die neuen 16-Ventilermotoren nicht schon nach kurzer Zeit mit starken Problemen auf sich aufmerksam gemacht hätten. Denn mit zunehmenden Laufleistungen machten sich bei den Vierzylindern Probleme mit der Steuerkette bemerkbar, was dem ohnehin nicht so tollen Ruf des E46 Kompakts noch weiter zusetzte und dem Kürzel TI eher schadete. Auch der hochmotorisierte 325 TI mit seinem 2,5 Liter rein Sechszylinder-Triebwerk konnte den gewünschten Absatz nicht erzielen. Kurz gesagt, BMW konnte einfach nicht an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Eigentlich schade, wenn man bedenkt, welche Ausstattungsvielfalt der E46 Kompakt eigentlich bot. In seiner Klasse war er das luxuriöseste und dynamischste Fahrzeug seiner Zeit. Auch die überarbeiteten Facelift-Modelle hatten dem Misserfolg des E46 Kompakts nichts mehr entgegenzubringen und nach nur knapp 200.000 verkauften Einheiten wurde Ende 2004 die 3er Kompakt-Reihe endgültig eingestellt, um eine neue Fahrzeugklasse im Hause BMW ins Leben zu rufen. Übrigens, wir haben auch zur Geschichte des E46 Kompakts ein Video gemacht und zu diesem gelangt ihr ebenfalls über das i oben rechts in der Infokarte. Besonderheiten des E46 Kompakt zusammengefasst Erster Kompakter vom BMW mit vollem Ausstattungsumfang Erstmals komplett eigenständiges Außendesign Ausschließlich 16 Ventiler bei den Vierzylinder-Motoren Erster Kompakt mit zwei Turbodiesel-Varianten September 2004 war es dann endlich soweit BMW präsentierte die neue Kompaktklasse Die BMW 1er Reihe Mit diesem Schritt wollte BMW eine komplett eigenständige Reihe für die Einstiegsmodelle etablieren und dem 3er Kompakt-Konzept endgültig den Rücken kehren Der 1er war als Kompaktfahrzeug nun wirklich eine Klasse unter dem 3er angesiedelt und nicht wie die Kompaktmodelle in der Mittelklasse Das gab BMW die Freiheiten eine komplett neue Basis für das Fahrzeug zu entwickeln und auch die Produktpalette in dieser Klasse nach Belieben zu erweitern Nachdem der als Hängebauchschwein beteilte E87 als erstes 5-türiges Kompaktklasse-Fahrzeug sehr guten Absatz fand kam 3 Jahre später im Mai 2007 der Dreitürer E81 Im November 2007 das Coupé E82 und im April 2008 das E88 Cabrio Innerhalb eines Jahres erweiterte BMW die 1er Reihe um 3 weitere Fahrzeuge und konnte damit weitere Zielgruppen erschließen Sowohl der Dreitürer, das Coupé als auch das Cabrio fanden sehr guten Absatz und waren ein voller Erfolg Besonders die 6-Zylinder-Modelle wie der 125, 130 und 135i haben gerade die BMW-Enthusiasten von sich überzeugen können Die 1er Reihe konnte sich in weniger als 5 Jahren vollständig etablieren und hat BMW das Signal gegeben dass neue Klassen, neue und vor allem funktionierende Möglichkeiten mit sich bringen Leider hatten auch die 4-Zylinder-Modelle der 1er Reihe dieselben Steuerkettenprobleme wie der E46 Compact Dennoch verkaufte sich der 1er wie warme Semmel Den überwältigenden Erfolg der neuen 1er Reihe zelebrierte BMW mit dem 1er M Coupé Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen Eine Liebeserklärung an alle BMW-Enthusiasten Ein 3-Box-Hyper-Coupé mit langer Motorhaube, Fahrgastzelle und kurzem Heck Ausgestattet mit einem turboaufgeladenen 3 Liter Reihen 6 Zylinder mit 340 PS und 450 Nm Drehmoment und das ganze nur 6.331 mal Nicht mehr, nicht weniger Für das Jahr 2011 ein Traum, den sich nur wenige erfüllen konnten und auch in Zukunft wohl kaum erfüllen werden können Denn gebrauchte 1er M Coupé sind preislich mittlerweile auf oder sogar deutlich über dem Neupreis Besonderheiten der E81 Reihe zusammengefasst 1. Fahrzeug, das die 1er Reihe etablierte 1. 5-tieriger Kompakt-BMW 1. 1er als Cabrio und Coupé 1. Kompakter vom BMW mit mehreren 6 Zylinder Varianten 1. Kompakter BMW mit Turbo-Technik bei den Benziner Varianten 1. und bisher einzige Generation mit einem 1er M Coupé September 2011 war es dann wieder soweit BMW startete den Verkauf der 4. 1er Generation Der 5-türige F20 machte dabei den Anfang Genau ein Jahr später folgte dann der F21 Dreitürer Anders als bei seinem Vorgänger der E-Reihe plante BMW diesmal keine Coupé und Cabrio Variante in der 1er Klasse zu vermarkten Das lag an der Tatsache, dass BMW mit dem Start der F-Modellgeneration die 1er Reihe aufgeteilt hat und mit der neuen 2er Reihe eine weitere Modellklasse erschuf in der man weitere Nischenmodelle auf den Markt bringen konnte Die neuen kompakten Coupés und Cabrios wurden fortan als 2er Coupé und 2er Cabrio vermarktet Zudem gab es zwei weitere Nischenmodelle, den 2er Active Tourer und den 2er Grand Tourer Damit war die 1er Modellreihe mit nur zwei Karosserie Varianten wieder deutlich überschaubarer geworden Designtechnisch war der neue 1er gerade als Vor-Facelift-Modell etwas, sagen wir einmal, komisch Die Front war hier wieder ein Faktor, welcher sehr viele Fragen aufwarf Die Scheinwerfer waren für BMW-Verhältnisse ziemlich irrational geformt und der Grund dafür, warum zwischen den Scheinwerfern und den Nieren eine ziemlich große und unschön wirkende Fläche zu verzeichnen war Auch die Rückleuchten erinnerten ziemlich stark an den zwei Jahre zuvor erschienenen VW Polo 5 Dennoch hielt BMW an diesem Design knapp dreieinhalb Jahre fest und veröffentlichte 1. März 2015 das Facelift- bzw. LCI-Modell Bei dieser Modellpflege veränderte BMW die Front und das Heck des Fahrzeuges sehr stark So hatte der 1er komplett neue Frontscheinwerfer, die wesentlich dynamischer und ansprechender designt waren Und auch die Rückleuchten wurden in BMW-Manier in L-Form und zweigeteilt in das Heck integriert wodurch der Wagen gerade hinten optisch ein ganzes Stück breiter wirkte Mit dem LCI-Modell gab es nicht nur optische, sondern auch technische Neuerungen So war der 1er der F20-Reihe die erste 1er-Generation, die mit den neuen B-Motoren ausgestattet wurde Erstmals hielten mit dem 1.16 und 1.18i auch 3-Zylinder-Motoren ihren Einzug in die Klasse Was bei vielen Enthusiasten für Hohn und Sport sorgte Besonders war aber die Tatsache, dass es für den 1er der F20-Reihe gleich zwei Top-Modelle mit optionalem Allradantrieb gab Bis 2016 den M1-35i und ab 2016 den M1-40i Gerade der M1-40i war und ist bis heute, gerade für Tuner, ein Objekt der Begierde Denn mit 340 PS und 500 Nm Drehmoment bot das Fahrzeug eine sehr gute Basis für Leistungssteigerungen Übrigens, wir haben auch für die F20-Reihe ein Gebraucht-Wagentipp-Video produziert Wer also Hilfestellung beim Kauf eines F20 braucht, kann das Video oben rechts in der Infokarte nach diesem Video anklicken Besonderheiten der 1er F20-Reihe Erster 1er mit Allradantrieb Erster 1er mit 3-Zylinder-Motoren Erster 1er mit 2M-Varianten Erster 1er mit ausschließlich Turbomotoren Und erster 1er, der in die 1er- und 2er-Reihe abgespalten wurde Kommen wir nun zur fünften und bis heute aktuellsten 1er-Generation, dem BMW F40 Im Herbst 2019 startete der Verkauf des neuen 1ers Diesmal fiel der Dreitürer komplett weg Schon im Vorfeld machte der F40 Schlagzeilen Aber nicht wegen der Vorfreude auf das Fahrzeug Sondern eher wegen der Tatsache, dass er der erste 1er mit Frontantrieb sein würde Das sorgte abermals für viel Ablehnung Generell ist es mittlerweile ein Ritual geworden An neuen 1er-Generationen irgendetwas auszusetzen So auch hier Zum Marktstart des F40 gab es 2 Benziner und 3 Diesel Darunter auch den M1-35i X-Drive Welcher das Topmodell des 1ers darstellte Aber auch dieses Speerspitzenmodell steht bis heute massiv in der Kritik Da er nur noch mit Allradantrieb Und mit einem 4-Zylinder-Turbo statt 6-Zylinder-Turbo ausgeliefert wird Generell gibt es bis heute kein Modell mit einem 6-Zylinder-Triebwerk Was für sehr viel Ablehnung bei 1er-Liebhabern sorgt BMW hat beim F40 durch den fehlenden Hinterradantrieb Das Alleinstellungsmerkmal des 1ers vollkommen aufgegeben Was für viele ein K.O.-Kriterium zu sein scheint Denn gerade das machte den 1er in seiner Fahrzeugklasse nämlich so besonders Durch den Front- und Allradantrieb ist der 1er nun einer von vielen Kompakten Im November 2020 wurden aber 2 neue Benziner vorgestellt Der 120i und 128ti Letzterer ist wohlmöglich die interessanteste Modellvariante Denn der 128ti stellt einen Einstiegssportler mit viel Ausstattung und viel Leistung für einen fairen Preis dar Wie es scheint kommt der 128ti tatsächlich sehr gut an Denn gerade in den USA stößt dieser auf reges Interesse Übrigens über den 128ti haben wir ebenfalls ein sehr ausführliches Video mit exklusivem Bildmaterial gemacht Auch dieses findet ihr oben rechts in der Infokarte Was wir uns vom neuen 1er F40 wünschen Da es den 1er momentan nur als 5 Türer gibt Wäre unserer Meinung nach noch Platz für ein Shooting Brake oder Touring Modell frei Um wirklich mit der Mercedes A bzw. CLA Klasse zu konkurrieren Wäre es ratsam den F40 wieder etwas breiter aufzustellen Ein 1er Shooting Brake oder Touring wäre unserer Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung Besonderheiten der BMW F40 Reihe zusammengefasst Erster 1er nur mit 3 und 4 Zylinder Motoren Erster Kompakter vom BMW das wieder ein TI Modell eingeführt hat Erster 1er mit Frontantrieb Erster 1er ohne Dreitürer Variante Aber jetzt seid ihr dran Welcher 1er ist euer Favorit? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare Wir sind gespannt welche 1er bei euch am beliebtesten ist So Freunde das war es mit dem Bavmo Video für heute Wenn euch das Video gefallen hat gebt uns doch gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke So supportet ihr unseren Kanal und helft uns mehr solcher Videos für euch zu produzieren Übrigens wenn ihr Lust habt mit uns im Auto Talk live zu quatschen da folgt uns gerne auch auf Twitch Ach und übrigens könnt ihr auch unseren Shop besuchen um um eines oder mehrere unserer limitierten Premium Poster zu bestellen Also Freunde ich bedanke mich fürs freundliche Zusehen und sage bis zum nächsten Mal Euer Inu von Bavmo Euer Inu von Bavmo